Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Age of the Ring Mod von Schlacht um Mittelerde 2. Ja, wir waren ja letztes Mal uns die Storys anhören von Elrond, Boromir und... Jetzt wollte ich Frodo sagen, aber wir sind jetzt Frodo... Von Bilbo, Bilbo haben wir sie angehört. Und ich würde sagen, wir sitzen diesmal fort. Und Redhorn, das müsste da sein, wo die Raben daherkommen, von Isengard. Ich bin gespannt, bin ein bisschen am Voraufnehmen allgemein, denn werden ein, zwei Sachen sich immer weiter ändern, aktuell in meinem Setup. Bald in fünf Wochen kommt dann auch mein neuer Tisch, den habe ich jetzt heute bestellt. Ein schöner Ecktisch, extra für drei Bildschirme rausgelegt, weil meine alten Tische halten es nicht mehr aus, die brechen bald zusammen. Oh! Okay. Wir haben alle neun Helden. Gut. Guide the Fellowship South. Nie ohne, sehr viel. Nach unten also, was? Hä? Dieser Wolkenbehang, der macht mich ja kirre. Wie soll ich denn South kommen? Oder habe ich irgendwie hier das Verständnis von South falsch? North South. Wir kommen doch gerade vom South. Oder will er da sozusagen nach da hin? Da, zu einem anderen Ende. Ich habe keinen Plan, was die wollen von mir. Ja, laufen halt hier lang. Ich habe da gar kein Problem mit diesen... Ihn eine ganz komische Karte. Jetzt ganz mal ehrlich. Hoch. Hä? Ah. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Gimli wird es später besser wissen. Was geht jetzt? Es versteckt nicht. Alle in die Büsche. Wie geil ist das denn? Oh, da kommen Raben. Wow, das ist ein großer... Das sind echt viele. Holla. Ja. 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 Okay. Okay, jetzt muss ich höchstwahrscheinlich in den Norden, ne? Guy, the pass to Kandras. Der Kandras pass, wo liegt denn der? Das könntet ihr mir ja auch mal sagen, aber ich vermute mal, dass es genau hier ist und hier nach Süden geht, wird es nach hier oben gehen zum Kandras pass. Könnt ihr mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und falls ihr im Hintergrund Geräusche gehört, das ist bei uns draußen gerade. Bei uns wird gerade die Wiese, wenn wird das Gras zu Ballen und Silage zusammen gemacht. Das bedeutet, hier ist halt gerade große Action draußen und bei dem schönen Wetter lasse ich das Fenster meistens ein bisschen auf dem Aufbauaufnahmen, einfach weil es angenehmer ist, auch vom Wetter her. Und ja, also... Was glaubst du? Oh, er schaltet sie aus, okay. Oh, was? Hoch! Was geht jetzt ab? Zieh dich zurück! Gandalf nach hier! Komm, wir fühlen überall! Mary, komm zurück, komm zurück, komm zu uns! Äh... Wohohohohoho! Zentralisiert euch! Okay, das war unerwartet. All things that live must die. An mir kommt keiner vorbei. Komm schon, das ist nur ein Monster! Come on, do you need! Haben wir noch Radagas dazu? Werdet euch wundern! Your friends will turn to dust, as I take everything from you. Nicht schon wieder! Ja! Das ist ja voll die Verarsche! Die Story kenn ich nicht mal! Aber ich find's cool auf die einen... Auf der einen... Vater! Unser Schicksal ist besiegelt. Eine große Dunkelheit. Nein! Mann! Das gibt's doch gar nicht! Ey, das war... Das war so eine, die ich überhaupt nicht erwartet hatte. Replay Mission hier. Nochmal. Das machen wir in der Folge. Ich schwör's euch. Das kann doch nicht so schwer sein. Die Kasachs-Kasachs-Doom-Straße. Da bricht uns mal irgendwann das Zeug zusammen. Aber dass die so aggressiv sind, hab ich nicht erwartet. Aber rein theoretisch können wir die Hobbits wieder versuchen, aus dem Spiel zu nehmen, indem wir den Ring geben. Ja, das hast du ja schon verstanden. Denn ich werde heute... Also mein Plan war ja am Wochenende eigentlich zu streamen. Das ist halt jetzt nicht so gut gelaufen. Da hab ich viel gehackelt, viel überlegen müssen. Auch wegen meinem Auto aktuell. Weil, äh... Das aktuell, sagen wir mal, nicht in dem besten Zustand ist. Und da jetzt viel mit zu überlegen ist, was man jetzt genau macht. Wie, was, wo, ne? Und jetzt ist leider am Wochenende der Streaming-Ausgang. Aber ich würde gerne heute oder morgen, also Montag und Dienstag, den 18. oder 19. The Age of the Ring-Mod, die Ringkarte ein bisschen streamen. Und dann vielleicht mal Hearts of Iron auch. Jetzt hören wir wieder Gimli, wie er sich beschwert, dass wir doch durch die Mirinen durchgehen könnten. Royal Welcome. Der muss sich in dem Moment so beschissen fühlen. Denke mir mal. Du musst überlegen, er so einfach so, hey, wir können ja durch meinen, die von Minen gehen, zu meinem, zu meiner Verwandtschaft. Die werden uns ein richtig schönes Willkommen machen. Und dann so, da gehe ich nie wieder durch. Aber wenn er wüsste, was da abgegangen ist, dann würde er es auch nicht mehr machen. Dann würde er es verstehen. Aber ja, man kann nicht alles verstehen in seinem Leben. Das habe ich auch schon gelernt. Und das wird man immer wieder lernen. Okay, wir checken jetzt einmal kurz. Du hast Elbenmantel. Du hast auch Elbenmantel. Also ihr für ihr habt alle den Elbenmantel. Perfekt. Dann weiß ich genau, wie ich mit euch denn vorgehe. Dann halte ich die vollkommen raus, weil die haben fast keine Leben. Und wenn die mir sterben, habe ich ein Riesenproblem. Ich habe einmal heilen und einmal halte hier das Railing Horn. Und ich kann ja auch den braunen Wizard, also Ding holen. Radagast. Kann ich mir holen. Meine Gott. Teilweise wie echt ein Hirn wie ein Spatz. Komm, wo sind die Raben? Wo sind die Raben? The land has changed. This is a series of ones and elves and get traded. The ship. Kann man dem rein. The land has changed. The land has changed. The land has changed. Kill all foxes of celebran. Also wir müssen, es ist sogar eine fixe Mission. What? Okay. Ich versuche, das jetzt taktisch zu machen. Okay. Nein. Nein, du sollst auch unsichtbar werden. So, dann haben wir jetzt nicht weniger Probleme. Dann lassen wir die hier so ein bisschen offen rumlaufen. Oh, Gandalf. Oh, nee. Geht glatt. Gandalf, halt du dich mal da raus. Du musst dich heilen. Dann kommen wir rein. Theoretisch die Spezialfähigkeit von... Ja, perfekt. Jetzt ziehen wir mal alle Wösel zusammen. So, okay. Das schaut besser aus. Immer wieder zusammenziehen. Immer wieder zusammenziehen. In passendem Zeitpunkt tun wir dann auch... Dementsprechend wieder heilen. Jetzt gehen wir in eine Heilung. Jetzt hat... Ah, jetzt hat Heilung. Komm. Das sollte uns schon mal ein bisschen Vorteil geben. Ziehe ich mal zurück an der Fremde. Geh mal zurück. Ich habe gleich... Aragon hat noch seine Spezialfähigkeit nicht. Nein, nein. Ah, scheiße. Wer ist jetzt dran? Oh, scheiße. Ja. Oh Gott. Das war Timing. Fuck, das ist unangenehm. Wie viel kommt denn da? Das Kriegsglück wendet sich gegen mich. Haltet dich ein bisschen im Hintergrund. Legolas, nein. Nein, 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 nein. Jetzt heilt sich Legolas wieder. Legolas heilt sich. Legolas heilt sich. Das ist all you could master. Der Feind ist da. You will be destroyed. Stink in der Karriatur. Oh, kein kein Erwärmen. Der Feind ist da. Ich muss hier weg. Nein, Gandalf. Lass mich Gandalf. Nein. Alter, wie lange dauert das? Hä? Oder brauche ich doch die... Ah, die Hobbits sterben ja noch schneller. Ich habe ja nicht mal genug Lebens... Hä? Okay, ich melde mich wieder, sobald ich wieder an dem Punkt bin. Und schau genau, was abgeht. Also, bis gleich, Leute. So, bin wieder zurück. Ich habe jetzt Legolas seine Schwerter gegeben. Und ich werde diesmal versuchen, mit den Hobbits zu kämpfen. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Ich bin jetzt langsam echt verzweifelt. Aber es ist ja auch hier unsere Mission. Oder ist es eine Nebenmission? Ich will so weit vor wie möglich, wo ich mehr sehe. Wird kaum funktionieren, wahrscheinlich. Das Problem ist, du kannst auch nicht pausieren. Das ist ja eigentlich der einzig große Nachteil an RTS. Ich kann also... Ich mache es doch anders. Ich mache es doch anders. Mach doch nicht unsichtbar. Mach doch nicht alle unsichtbar. Er hat sich nicht unsichtbar gemacht, der Depp. Mach dich unsichtbar. So. Alter! What? Wer ist denn der Schwerter? Wie? Ich habe dir gesagt, du sollst... unsichtbar bleiben. Gehe mir mal einen schönen Wumms rein. Hoch. Nein, oh, du bist... Das ist kein Leben mehr. Jetzt geht es nicht wieder weiter. Das ist der Scheiß. Ich habe nicht wirklich kapiert, wie das jetzt hier funktionieren soll. Plus Ranger Attack. Okay. Je mehr wir uns teilen, desto schlimmer wird es ja rein theoretisch, oder? Bedeutet, je mehr konzentriert wir uns kämpfen lassen, desto besser müsste es sein. Aber bloß, die laufen alle immer weg. Ich würde nur gerne wissen, was sie sind. Die Fiezele Brimboar. Wo ist der denn? Der spawnt hier dauernd neue. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Diese Towers sind in meinem Namen. All hier, Killer Brimboar. Du wirst sein, dass du siehst. Ich bin der Gondor. Das ist all, du kannst master. Einmal zusammenheilen. Du nicht, nein. Warum bist du jetzt auf einmal da? Puff. Oder ist es eher wirklich so, dass du viel mit diesen Zaubern spielen musst? Ah, ich habe ihn defeated. What? Oh mein Gott. Das war anstrengend. Haben wir dich jetzt auf? Ne, du bist jetzt auch weg. Tschüss. Ich speichere das jetzt einfach. Das ist jetzt gerade. Oh Gott. Das war gerade anstrengend. Safe. Muss man dem Spiel lassen? Die Missionen sind echt hart und knackig. Das ist cool. Also du machst wirklich. Es ist nicht so, als ob du durchrennst. Und es ist langweilig. Oder so. Sie haben es cool gemacht. Sie haben die Sprüche aus dem Film genommen. Was ein bisschen nervig ist, ist natürlich, dass die Filmszenen drin sind. Bedeutet, äh, Probleme für mich. Aber das ist ja, tut ihr euch sozusagen nicht weh. Ich glaube, wir müssen jetzt nach hier weiter. Und kommen dann hier zum Pass, wo wir hin müssen, oder? Ich weiß bloß nicht genau, wohin der Pass ist. Das wird mir angezeigt. Ich glaube, das ist nur, weil es mir gezeigt wird. Ich glaube, wir müssen aber trotzdem weiter nach oben. Sonst wäre die Karte ja viel zu groß. Hätten sie sich zu viel Aufwand gemacht für den ganzen Schmarrn hier. Ah, das ist eine coole Sache. Ich habe mir echt gedacht, was wollen sie denn jetzt erzählen? Sollen wir jetzt die Vögel dauernd bekämpfen und unsichtbar bleiben? Und sonst gehen uns Orks auf den Sack? Also sie haben es echt cool gemacht damit, dass du so an eine alte Stadt kommst, die du wiederum halten musst. Okay, scheint doch nicht der richtige Pfad gewesen zu sein. Give me a second. Was ist noch da oben zum Beispiel? Dann kann es ja nur noch hier hin sein, oder? Jetzt teilen wir uns auf. Das wäre in einem Horrorfilm immer eine sehr blöde Idee. Ich habe vergessen, das Horn einzusetzen, das Railing Horn. Das wäre eine schlaue Entscheidung gewesen. Die laufen untenrum auch noch. Ei, ei, ei. Kommt wieder rum, ja? Dann hätte ich gar nicht gegen den Defiiten kämpfen müssen, oder? Rein theoretisch. Ich würde es halt interessieren, wo zur Hölle geht es dann zum Pass? Oder bin ich jetzt hier komplett auf dem Holzpfad sozusagen? Ich kann nicht mehr über diese Mauern drüber. Was soll das denn? Geht es da zu dem Fass? Pass, Fass. Warte mal, jetzt warte mal schnell auf die Hobbits. Die haben sich ja abgespaltet. Die dummen, dummen Hobbits. Oh Gott, jetzt geht es wieder so in den Pfaden lang. Hä? Oh. Fein. Das ist ein Treasure gewesen? Was ist denn? Hä? Jetzt haben wir jetzt eine ganz blöde Frage. Wo geht es denn hier denn weiter? Da kann noch ein Treasure sein. Was sind denn die Steine, die da liegen? Weil mich interessiert ja nicht unbedingt jetzt aktuell der Rang. Ich würde eher die Story gerne rumspielen, aber wo muss ich denn dann hin? Mission. Guide to Fellowship. Find all hidden northern treasures. Kill all foes of Silverinburg. Habe ich das nicht gemacht? Oh. Da geht es doch weiter. Hups. Hups. Ist da vielleicht ein Schätz? Also wenn ich jetzt eh schon da bin, dann gucke ich schnell. Aber ansonsten, nee, da geht es auch nichts. Hier schneit es schon. Eieiei. Geht es wirklich den Berg hoch und wir kriegen noch, sagen wir mal, Stimme zu hören? Das wäre natürlich sehr cool. Da lang bitte. Perfekt. Das ist cool gemacht. Mit vielen Bergen und allem. Auch gucken wir uns unten wieder auch die Filmszene. Also sie haben sich echt viel Mühe gegeben. Das muss man ihnen lassen. Das ist echt viel Aufwand und viel Liebe drin. Und das merkt man auch. Geil zu höhere. Okay, wir sind jetzt beim Passwort. Ja, das ist schon. Holy shit, Monks. Leute. Schnell. Woher sehe ich denn, wann das kommt? Alter, das ist ja voll gemein. Ich würde so lachen, wenn ich jetzt verliere. Da fehlt einer. Da fehlt einer. Okay, bis hierhin mal. Und dann sammelt ihr euch mal wieder, weil ihr verliert dauernd einen. Warum tut er es jetzt ins Schild holen? Heilen mal alle, bitte. Aber heute ist gut, weil du weißt ja nicht, wo das kommt. Das ist eigentlich so eine 50-50 Chance, dass du getroffen wirst. Alter, wie lange geht das denn? Okay, also. Wo? What? Okay. Story Mode. Sie heilt die Halle. Frodo muss entscheiden. Wir gehen durch die Berge. Oh Gott, das erinnert mich so an die Story aus dem ersten Herr der Ringe. Aus dem ersten Schlacht der Mitteleide. Spannung. Alter, ist die Story immer noch nicht vorbei. Aber Leute, dann würde ich jetzt offiziell mal sagen, das war es für diese Folge. Wir sind jetzt am Casas Dune gewesen. Wir sind 20 Minuten jetzt schon unterwegs. Ich habe ein paar Mal wieder versagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Alles ändert. Alles ändert. Outro